Wir sehen uns beim nächsten Mal. Irgendwas ist da drüben in die Luft beflogen, gar nicht so weit weg von uns. Was, was, was? Geht's los? So, wir hier, Viking, Augenhaufen, geht los. Ich denke mal da läuft. Wo ist die vier? Sechs. Die müssen, ja. Einfach folgen. Ja, folgen. Eins hier, dreizehn, dementsprechend durchgehen, wenn ihr euch weiter bewegt. Geht's. Kurz halt. Geht's. Ja. Geht's. Ich komme jetzt in. ich soll die Zeit verleeren der Schläger ist auf dem Kopf der Schläger ist auf dem Kopf und jetzt müssen es ein Regen Regen siehst du nicht wie Leuchten schossen langsam mal vorrücken weitergeben langsam mal vorrücken weitergeben langsamer vorrücken langsamer vorrücken hier halten die haben da oben einen LKW gefickt die haben da oben einen LKW gefickt weil ich es sehen kann und die Funktürmer und die Funktürmer also es ist sehr gut oder so gut umschöpfen aber wirklich irgendwas so schafft man nicht ok dann werden wir es jetzt an dem sprech machen wir springen da wieder rüber wie vor genau dasselbe ja wir werden uns jetzt bis praktisch ans Wasser ran bewegen und dann das kurze Stück rüber springen an der Straße entlang und dann direkt praktisch im Horten wieder irgendwie in den Wald runter ziehen und dann dort bei Möglichkeit wieder sammeln haut einfach ab ohne was zu sagen in den Waldgebieten war es auch mal wir wollen von der Straße irgendwo den Wald unterziehen ich weiß jetzt nicht wie es da aussieht wir müssen relativ schnell Platz finden wir haben das auch mit der gesamten Gruppe relativ flott 1 kurz halten 13 verletzt 1 kurz halten 13 verletzt hat durchgefunken doch ja das höre ich nicht den Unterschied 13 wurde angeschossen Position einnehmen Rundumsicherung das bleibt fallen 3 sind wir nicht 1 hier 13 Richtung Osten mit Stoßdruck weiter vorrücken und schauen was da los ist Deckungstruppen behält Stellung bei wir sind einmal oben Zahlen also also so je nachdem wie du ranzcrollst und links an der Seite auf die Seite da ist vermutlich einzelne Schütze Richtung Südost sollten uns schnell bewegen verstanden dann jetzt zurück zur Gruppe ich werde dann dementsprechend getragen stopp ja ich weiß jetzt gerade nicht die Richtung Osten dann kleine Linie aufbauen und schauen ob ihr unterstützen könnt kontaktnahe Bereich scheinbar Linie Osten bereit machen zum unterstützen verstanden verstanden Deckungstruppe wegt sich etwas Richtung Osten um eine Schützung zu geben links Freunde von der Hügelkante von der Hügelkante gezieltes Feuer Meldung wie viele vernichtete Ziele Ziele 3 okay ja die 13 so verstanden dann jetzt Richtung Osten weiter vorrücken langsam Waffe im Anschlag Deck dann zu mir wir sind hier vorne wir kommen zurück wir werden Tage nix bewegt sich wir müssen uns mal ansagen dass sie geht wir müssen uns mal ansagen wir stehen joker ja was ist man links 6 6 vorne halt weiter gehen vorne höre ich schon da Kugel höher, kommt durch. Du hast die Zeit raus, was du erzählst. Mein Fuß tut weh, ich hab da voll die Kugel reingegangen. Wo ist Manni? Hier vorne. Hinterm Baum. Nein, du kannst nicht mehr schneller. Also verstanden, dann werden wir jetzt direkt aus Norden auf die Stellung zurücken. Stoßtrupp wird dann dementsprechend über Westen flankieren. Deckungstrupp wird dann aus Norden direkt drauf zulaufen. Wo trennen wir uns? Trennpunkt 054061er, direkt im Norden. Dann werdet ihr einen kleinen Bogen über Osten gehen, die 27er Erhöhung anballen. Wir werden direkt aus Osten auf die Stellung zurücken. oder die 24er Erhöhung anbieten. Schleif weiter, da vorne war was. Was macht ihr hier? Was für ein Stau? Der ist Schlafschütze. Oh, was? Mein Kontakt. 1 voraus 1 voraus 1 voraus 1 voraus und Baddurst Chaos ist unterwegs 3 schriften auf 018 Imlegen, Note Imlegen 1 voraus 1 voraus Aufpassen Chaos fein Chaos 2 schützen rund 100 1 vk Wir feuern Feuer frei Das war nix Den kielst du der der Kante jetzt 2 voraus Ok Sturmsdruck Denke Flanke die Typen Ok Sturmsdruck 2 voraus 3 voraus Halt wieder Zu uns ausweichen Oh Mann Ah Ah Meiner halberu, wo Schenkel liegt das jetzt hier rum Aber ja ist ok Leute, kann ich das nicht so richtig rauskriegen Halt ihr mich nur durch irgendwelche Soldaten die eigene Teile verwunden Ah, hör auf! Rain, bleib bitte vor mir Wir sind gleich direkt nördlich ihrer Position Wir sollten uns jetzt schnell bewegen Schlangen vor sie schlagen Komm zu uns Okay Jungs wir dann folgen Auf geht's Sorry Okay die Hintern da unten anschließen In die Formation Zwei Schützenreihe Wir laufen bis weit rechts Geh weiter Richtung Osten Dann an dem Punkt splitten wir auf Sei dann für dich wenn die aufsplitten Bleibst du erstmal stehen So für den Rest Paul Paul Florian auf uns rücken achten Ja Erkannt rücken dann Richtung Westen Und dann mindestens ein Schützer unterwegs Was dann Hat die die leichte am Gewehr oder ne PKP Okay wo geht's los Los vor rechts Bei die Panzerfaust Los 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 Weiter 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 Drei Nix geht Nix geht Nix geht Nix geht Nix geht 1,413 dann dementsprechend durchgebt wenn ihr hochsplittet. Ja, uns haben Zielpunkt erreicht, gehen dann mit 1 bis 4 Richtung Ost weiter. Also verstanden. Halt. Halt. Daddy, Daddy. Halt. 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 Ja. Halt. 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 Granaten werfen und dann runter auf den Boden, Ausführung Und weiter vor Wir haben noch ungefähr 30 Meter bis zum Compound Positiv Positiv Paul, dann sind wir nicht nachrücken auf die Stellung, das ist bald alle Faden Ich bin da Wir haben einige Teile im Vorfeld, passt auf Wir haben einige Teile im Vorfeld, passt auf, wo er hinschießt Langsam vorrücken Wieder langsam vorrücken Eigene Teile im Vorfeld, aufpassen, ob wir nicht schieben Wir sind jetzt an der Mauer zur Stellung Positiv rücken jetzt direkt aus der Norden auf die Stellung zu Feind Bekämpft Weitere Feind bekämpft Lichtkontakt zu eigenen Teilen hergestellt 1A40 Eigene Teile 1, 4 und 0 13 an alle, wenn Beschuss zu stark ausweichen Richtung Norden Feind in der Stellung bekämpft Bereit machen Wir sind jetzt links von euch im Compound schon Einfernichteter Feind Allverdichtet Überhol dich Glaub dir von vorne? Ja Ja, hinter dir Mach nicht so nah aneinander Vorher macht Landmold Jetzt eine Wälder Ein Fluss Lass sie gleich durch vorgehen Fluss, Tod, mal zurück, Fall Im West ausgeschaltet Ok, Richtung Norden sammeln Und dann in Schützenreihe wieder ausfließen Ausführung Ja Gut, da geht es Richtung West Beklappe hier links Bekämpft Beklappe hier Was denn alle jetzt schnellstmöglich Richtung Norden Eigensicherung nicht vergessen Und im Norden sammeln Dann ausweichen Richtung Norden Beklappe hier drin Die Ausweichen dann auf die Position Wo wir uns getrennt haben Ja Beklappe, alles klar Beklappe, du bist noch dran Ich bin die 8 Ja, du musst ja gleich hier drüber klettern Oder so Oh, das war weg Oh, das war weg Klettern doch drüber da Scheiße Kann hier nicht klettern Da, andere Seite, wo es tiefer ist Guck, hinter dem Viking An der anderen Ecke, wo es tiefer ist Helikopter 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 Ich will hier raus Ein 50er Drücke ich schnellstmöglich ausweichen Der zu mir Mich tragen Wir müssen jetzt sofort hier weg Einfach drüber Geht Nebensorten des Nebensorten des Coastwinds Ja Machen wir mal bei Stellung, ne? Nein, 8 grün, bewegen Status haltung vor allem 2 grün 3 grün 4 grün 6 grün 7 grün 8 9 grün 10 grün 11 12 12 Check grün Ah, 13 Ein bisschen laufen dahinter, aber ok 1 hier 13, dann jetzt dementsprechend Richtung lauten, soweit wie möglich ausweichen, bis wir sichere Position erreichen Verstanden, 1 geht 2 geht 2 4 5 4 5 5 4 5 5 6 8 7 8 8 13, dann die Schwierigkeit ein bisschen verringern, Teile hängen zurück 3, 4, 3 3, 4, sicher Ja Ich bin in 2er Brübchen Weiter gehen Das war das BD-Feld, das hat immer gesagt Cool Kommt der noch wieder Das ist eben, das Regen und das ist scheiße Der sieht scheiße Glück hat der Schütze Turbo Der sieht scheiße aus, ja Chaos, was ist denn unser Ziel? Geht mal hier in die Rundumsicherung An die nächstes Ziel Richtung Nordwesten Ich wäre erstmal ein bisschen weiter hoch in den Norden Nordwesten so gut es geht Praktisch südwestlich an San Isabel vorbei Praktisch zwischen San Isabel und dieser Research Lab 101 Da würde ich durch Und erstmal da irgendwo im Wald wieder runterziehen Und zwar schleunigst Ok, eins geht Richtung Nordwest Mörder Da geht, 13 Pflege Ja Wo ist die 4? 4 3 geht 5 geht Persönlicher Träger 5 geht Gibt's dann halt nicht bloß die Mühlen Träger und auf den Kopfhörer Träger C sink fürs Todes Ich glaub schon, ja Passieren würde ich einfach dran Schuss, beschuss, beschuss Spring Sorry ich schrapp mal durch Altalary Krebs Okay, dann geht's weiter. Ich mag keine Tappe, ich mag auch keine Künfte mehr, ich mag auch keine Rikoche. Lass mich zu hoch. Ich halte den Heli auf. Ich gehe auch mal gerade auf die Toilette. Wo ist mein Oberleutnant? Weiter vorne, weiter links. Oh Gott, war das langsam Chaos. Niederschliff, wie so? Also eigentlich bin ich jetzt mehr so in das Waldgebiet, was praktisch nordöstlich von dem Airfield ist, weil da haben wir vielleicht noch gute Möglichkeiten in unser Lager aufzuschlagen. Und da dürfte relativ dicht sein, dass wir uns da ein größeres Lager einrichten. Über die Straße gehen. Ja, über die Straße und dann eben nordöstlich praktisch an dem Research Lab vorbei. Wenn möglich. Also an der 106er Erhöhung vorbei. Genau, ja. Und dann halt irgendwie versuchen, weite Richtung Nordwesten zu gehen, bis wir halt wirklich, so sage ich mal, bei der 36er Erhöhung bei 035 075 rauskommen. 035 075, also direkt da oben in diesem extrem großen Waldgebiet. Und dass wir uns da erstmal einen kleinen Rückzugspunkt auf jeden Fall auch raussuchen, wo wir dann auch zurückkehren können. Falls irgendwas schief geht. Machen wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Kilometer vor uns. Bist du jetzt da oft getragen? Ja, kommt halt drauf an. Oder wir bewegen uns halt langsam durchs Gebiet, aber dann brauchen wir länger. Ich glaube, solange wir jetzt in keine Gefechtssituation kommen, der lasse ich, der wird mich weitertragen. Ich glaube, ich weiß nicht, oder wie das? Was? Oh, Handy aus meinem Einsatz. Ich habe Feindbewegung Chaos an Richtung 340 Grad Chaos? Ja. Mitkommen, ich habe Feindkontakt. Lasst dich mitkommen. Der Dettler hat mich da mal runter. Niemals! Und zwar, hinter dem Busch auf 240 Grad ist eben eine Patrouille, beziehungsweise eine Person lang gelaufen. Nach links verladen und... Kein Einblick, aber definitiv eine Person. Okay, verstanden. Nur ein bisschen beobachten. Wir kommen Fahrzeug, wir kommen Fahrzeug, unbewaffnet. Fahrzeug alle runter. Und schnell. Sicherung stehen. Gut, ihr könnt jetzt vorkommen der Rest. Immer wenn ich die Funkeöffnung gebe, springt ihr. Immer in zwei Gruppen. Über die Straße Richtung West. Dett, warte auf mich. Ja, ich dachte, der ist weiter vorne. Ich bin hier. An deiner Seite. Ist jetzt schon ein Signal gegeben? Ich weiß es ja nicht. Dett, lass mich einfach zurück. Ich weiß es nicht. War das denn da? Ja. Das hier ist nicht mehr. Jetzt. Bring uns. Los, 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 los. Ja, weiter, 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 weiter. Warum? Sicherung. Ja, aber da ist noch einer. Ja? Ja. Das ist eigentlich das hier. Paul, bist du da? Ja. Los mit euch. Ja. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, 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 los. Jungs, was ist denn das schon wieder für eine andere? Nord, Straße, Checkpoint, ihr habt uns gesehen. Vollkampf vorbereiten, Deckungsbogen. Wir müssen jetzt gezielt schießen. Hab's im Visier. Feuer frei. Zivilisten, Lofter. Zivilisten, Lofter. Wir gehen. Immer hier. Okay, es geht weiter. Haben alle zügig hin. Der ist meine Verlösen. Der ist nicht richtig gekannt. Aber, 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 wenn es sich da der Station keine Schuss zu sehen gibt? Hier oben gehen wir in die Rundumsicherung und in den Outlawatch. Hier oben in die Rundumsicherung und in den Outlawatch. Hier oben. Oh, ja oben. Oh, 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 oh. Wir müssen mal Bumpenheise. Kommt der Preifliche. Kommt vor. radarstellung richtung 230 melde 260 grad feinsichtung auf großer fläche im compound was willst du mir jetzt wieder erzählen? wie ist der schlepper aus? naja das ist dieser compound mit den Hütten der auf der freifreiche war von einem Schütze der Kreativität ist rätseln, jetzt muss einer machen lanserfaust maximal, ich weiß nicht ob wir einen opfern wollen stoßtropfen vor, wir bleiben hier, gehen mit MG, gehen zu Feinsdeckung geht Deckungsdruck, Deckungsdruck, die MG ist MG3 und MG4 Richtung Südosten aufstellen und das Gebiet auch abbreiten der Rest kümmert sich um zur Rückdeckung, dass da keiner von hinten in den Hügel umkommt soll ich alles hier wissen? Matze Matze ist halt zum MG eingeteilt worden was? Südwest Matze wurde vom Gruppenführer nach Südwest eingeteilt ja, hab ich schon gesehen, hab ich schon gesehen Fahrzeug wir haben hier noch ein Zeug wir haben hier noch ein Zeug Stoßdruck geht jetzt hoch und ihr werdet Audio-Kontakt-Fahrzeug Osten Fahrzeug hat gehalten, Männer setze nach Fahrzeug hat gehalten, Männer setze nach ich brauche Matze und Razer Richtung Westen Matze von Gruppenführer Matze von Gruppenführer anders eingeteilt negativ, Matze vor, wir haben noch ein zweites MG4 Katze von Gruppenführer die Patrouille läuft da hin müsst ihr hier alleine sein? So, ich hab links von mir noch jemanden das bin ich welche Himmelsrichtung, Manni? wiss Feuer 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 Kampf 2 Minuten führen dann Ausweich nach Norden Wir haben links bei der Radarstellung und das Feinde da aufpassen Auf der Weg Manni wenn ein Sicht auf den LKW mit Granate bekämpfen Kein Kontakt recht zu fahren Rest Kontakt bekämpft 3 Minuten dann Ausweich nach Norden Kontakt an der Kuppel hinten Ja, hab ich gesehen Warte, hast du ihn? Ich glaube er ist down ja Auf unseren Rücken achten Leute Nicht dass uns von ihm niemand überrascht Ok, noch 10 Sekunden in Richtung Norden Ausweichen Nach Norden Ausweichen Nach Norden Ausweichen Nach Norden Ausweichen Mit Leuten Gut, es geht Kein Kabel Zusammen schließen mit Stoßdruck Dann schnellstens Richtung Norden in den Wald verschwinden Ja, dann zu mir Okay, Ausführung Durchsucht direkt vor uns Wir dann anschließen Feuer gilt uns glaube ich Und fürs dran Nach vorne durchgeben Nach vorne durchgeben Trupp ist hinten dran Trupp ist hinten dran Nach hinten mit dir Positiv Sie sind noch 100 Meter hinter euch Wir gucken mit Details her Kommen folgen aber Gruppenführer rückt vor Kreuz Piep, 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 piep Wohin ist das hinten? Was soll ich finden? Puh Lass mich mal ab Okay, Manni Ja Ähm Was sind wir denn jetzt überhaupt? Komm mal Rump Okay Wir müssen jetzt nördlich führen Direkt nördlich Direkt nördlich, okay Dann jetzt Richtung Nordwesten Beinbarte Position Die wir vorhin ausgemacht haben Weiter ansteuern Ja, okay So gut wie es geht Ja, wir brauchen jetzt einen Achso, zu 38er Dann rücken wir langsam weiter vor Ohne das ich getragen hätte Waffen hoch gleich hin Ja Geht jetzt weiter Richtung West Geht weiter Jungs Geht weiter Geht weiter Geht weiter Waffen hoch links vor allem aufpassen 8 9 Ja Gut 1 geht 3 geht 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 7 7 5 5 6 5 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 6 6 5 6 6 7 7 10 9 10 10 10 10 10 5 6 10 10 10 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 Negativ, wir haben BMP in der Stellung, das ist ein wichtiges Ziel Oh fuck, ja, ich seh's 450 Meter bis BMP Übrigens ist er bewaffnet, der Heli? Ja Der Heli ist mit den beiden Raketen bewaffnet, ungelenkt Wenn's losgehen sollte und der Heli noch da ist, dann hast du Feuerfreigabe auf den Piloten Startet Okay, ist erledigt Okay Zum Thema unbewaffneter Transport Das ist ein Transport-Hiebschreiber, nur der hat halt einen Griffbodenrag Ganz großes Manko an so einem Transport Ungefähr 128 Können wir auf jeden Fall von rausgehen, wenn wir da was machen, dass er gleich zurückkommt Müssen wir uns schnell nach hinten in den Wald verziehen Im Endeffekt, wenn der Panzerfaustschütze von hier treffen kann Dann wird uns ein paar einzelne Einheiten drinne bekämpft von hier und uns verpissen Weil im unteren Compound laufen drei Leute, jetzt irgendwo verdeckt hinter den Gebäuden Ganz oben am Ausgang Hab ich auch noch mindestens eine Person gesehen Ja, Ziel ist er BMP und dann ziehen wir uns zurück Gegebenenfalls durch den Gruppenschatzschützen noch ein, zwei Schützen bekämpfen Also, im Dings sind vier Mann auf Patrouille, zwei verlassen jetzt das Dings und gehen im Uhrzeigersinn um die Basis, zwei innerhalb, im Uhrzeigersinn Ein Mann im Wachtturm, oberes Ende der Basis, 3-5-1 Distanz zum BMP, 450 Meter Ja Okay, Talker Ja Folgende Situation, wir haben da unten ein PMP rechts von dem Flug, äh, von dem Enifed Das bekämpfen Der Gruppenschatzschütze wird dann gleichzeitig ein, zwei Schützen mitnehmen und dann weichen wir erstmal nach hinten in den Wald aus Okay Ja Gruppenschatzschütze ist Fass auf, der Ditt liegt direkt in den Waldraum, die ihren Komponen sind Fass Also der Wald ist nicht genutzt, so ist der Wald ist nicht genutzt Ich will mir nicht mit der Panzerfaust ins Gesicht schießen Ja, das könnte die Radarstellung sein Leute, hinter die Panzerfaust Okay, wo ist es wahrscheinlich, dass wir in der Nähe abholen wollen Und nicht hinter mir stehen, am besten von dir aus jetzt nach rechts Bereits zum Fuß auf obersten Mann im Turm Ich bin Feuer bereit Ziemlich genug, 450 Meter Ja Ich bin bei der Rückstrahlzone nicht an ihn ran Bereit Bereit Warte auf dein Feuer Das ist, hab ich Feuer erlaubt, ist alles Feuer frei Feuer Bereit So ein blödes Ding Einer vernichtet Besatzung ausgesprochen Ausweichen nach hinten Vernichtet Geh, weg Beben Kostelstrahl? Ja, mach mal bitte Manni Und dann selbstständig Richtung Westen weiter ausweichen Oh fuck ey Und deine Schultern sind noch viel männlicher Habt ihr noch Kontakt zu den anderen? Ja Sind gerade angekommen hier Fahrzeugkontakt Audio Lass mich los, ja? Lass mich los Ja Weiter Weiter, 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 weiter Router von der Straße Router von der Straße Lass mich runter Fahrzeug, komm, Fahrzeug, komm Bmb auf der Straße Bmb auf der Straße Bmb auf der Straße Holy fuck Deckung suchen Zweiter Bmb Zweiter Bmb Zweiter Bmb Untergrund Untergrund Ball flauen Bewegungsrichtung gleitend, dann wenn möglich Richtung Westen Wie geht es weiter? Bmb auf 0 Grad Rechts parallel von uns Bmb auf 0 Grad 5000 Grad Bmb auf 0 Grad Bmb auf 0 Grad rechts parallel von uns Was ist das große Faus? alles besser als chaos kann ich hören ich weiß nicht wo der rest ist runter hubschrauber sucht durch sichtdeckung hubschrauber richtung west runter blöckmeinbusch blöckmeinbusch hubschrauber hat uns überflogen ist jetzt richtung nord 1713 in position sind jetzt auf 0 3 9 0 6 9 mit einem pit 8 verstanden wir sind noch ca 200 hinter euch wir warten hier auf unsere letzte kante position und überflickt uns kleidem hätte ich noch eine leute die 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 Wir sind mal zu Feuer bereit. Nicht bewegen, nicht bewegen. Und weiter. Keine Teile. Oh shit, das geht uns. Mach's wieder in die Position. Von da her zuletzt waren genau Richtung West die in Hügel rufen. Gehen wir Richtung Nordrund ins Tal. Keine gute Idee, der guckt mich an. Gehen wir Richtung Nordrund. Gehen wir Richtung Nordrund. Wir sind in den Nullmarsch Richtung West. Haben uns nicht erkannt. Alle da. Rest ist dran. Wir werden weitergehen. Sind alle hier? Alle da. Okay. Ich weiß mal hier, wen auch immer die Panzerfonds-Satteljoker an. Der soll die alte wieder mitnehmen. Feind läuft auf und zu. Feuer startet es. Feind wo? Meldung machen. Meldung machen. Wir sind unter uns. 200 Quad. Wie? Feind, 1,3,0. Beweg dich auf und zu. Komm mit mich eben. Kommt das Schütze. Bekämpft. Bekämpft. Schütze bekämpft. Wir müssen weiter ausweisen. Nichts nix. Gut geht weiter Richtung West. Zügig. 3 geht. Neu ist der Zweite. 3. 4. 5 geht. Das ist so zum Konzert. Panther aufhast. 10 geht. 8. Halt. Bart. Ren. Ich gucke schon meine Linie auf Richtung West. Steh doch. Weniger West. Weniger West. Weniger West. Weniger West. Das ist der Airport. Oder ein Airport. Ja das ist der einfach vom Airport schon. Wir müssen erstmal eine Position finden, wo wir unser Lager aufschlagen können. Der wollte jetzt eigentlich hier irgendwie über die Freifläche, aber wenn das vorne der Airport ist, ist das nicht klar. Das wäre es, wenn wir rechtzeitig reinziehen in den Wald. Dann müssen wir dann auch Richtung Nord jetzt. Können wir da hinten irgendwo uns einen Lagerplatz suchen. Machen wir so. Dann Richtung Nord wieder schützen. Richtung Nord schützen Reihe. Richtung Nord schützen Reihe. Richtung Nord schützen Reihe. Richtung Nord schützen Reihe. Richtung 240 hat man Einsicht auf den Flughafen. 6. 5 geht. 10 geht. Zugenten ist genug. Überhol dich jetzt. Ja, ich warte bis wir auf steilem Gelände sind, dann komm ich wieder. Auto schwer. Auto schwer.